Es gibt sie noch, die geheimnisvollen Orte, auch an der Hochschule Koblenz. Einen davon bzw. seinen Eingang sehen Sie hinter mir. Das ist die schalltote bzw. reflektionsarme Kammer an der Hochschule. Relativ groß, vollständig akustisch, dynamisch, schwingungsentkoppelt. Und wenn wir gleich da reingehen, sollten Sie darauf achten, wie stark der Nachhall ist. Also ich stehe gerade im Flur davor. Auch hier befinden sich absorbierende Oberflächen an der Decke. Nichtsdestotrotz habe ich einen geringen Nachhall hier, den man, wenn man genau darauf achtet, auch hört. Insofern bin ich gespannt, ob Sie gleich den Unterschied sehen. Das heißt, ich bewege mich jetzt über den Vorflur in die Kammer hinein. Ich werde also in gleicher Lautstärke einfach weitersprechen und Sie hören sofort, dass es viel trockener wird. Das heißt, der Nachhall ist sehr stark reduziert und ich habe eher das Gefühl vom Höreindruck, dass ich in einem sehr kleinen Raum bin, der sehr gut bedämpft ist. Also was man vielleicht unter einer Bettdecke wahrnimmt oder in einem sehr kleinen Raum, der sehr viele Polstermöbel hat oder dergleichen. Und Grund dafür sind die Außenwände und auch die Decke dieses Raums, die aus diesen absorbierenden Körpern bestehen, die zudem auch so ausgebildet wurden, dass ich möglichst wenig Direktreflexion wieder in den Raum erhalte. Das heißt, möglichst viel Schall schlucken bei gleichzeitiger Streuung des Schallsignals, sodass sich das Schallsignal dann totläuft. Man erkennt sehr gut an der Türkonstruktion, wie dick das Ganze ist und kann sich vorstellen, dass das eine relativ aufwendige Konstruktion war. Gleichzeitig weitere Besonderheit ist die Lüftungsanlage. Man erkennt hier jeweils in den vier Raumecken die Lüftungsschlitze und wenn ich das Mikrofon mal davor halte, hört man eigentlich gar nichts. Und das ist für eine Lüftungsanlage eine absolute Herausforderung. Normalerweise Standardlüftungsanlagen, man wird das vielleicht kennen aus Restaurants und so weiter, erzeugen einen Schalldruckpegel im Raum von mindestens 40 Dezibel. 35, 40 Dezibel wird schon eher leise bezeichnet. Und hier in dem Raum, wir haben es mal gemessen, habe ich einen Ruhepegel von unter 20 Dezibel, was enorm niedrig ist. Was mache ich jetzt mit so einem Raum? Ich kann zum Beispiel den Schallleistungspegel von Maschinen bestimmen, indem ich das zu messende Objekt in die Mitte des Raums stelle, es aktiviere und in Halbkugelform um dieses Gerät herum den Schalldruckpegel messe. Dadurch, dass der Raum keine Raumantwort hat oder sehr wenig Raumantwort hat, weiß ich, dass das, was ich messe, eben auch von dieser Maschine ausschließlich stammt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020